Ist er nicht umwerfend schön? Sie waren schon OP, aber dieser hier übertrifft alle Erwartungen und das ist nicht das Einzige, was er trifft. Und dann hören wir uns doch mal an, was er so zu sagen hat. Das gute Fräulein. Ich bin Hammer-Lautstärke. Zu viel Panzer und zu wenig Gehirn. Deshalb sind schon die Dinosaurier ausgestorben. Ich liebe den Geruch von Napalm am... Ach, eigentlich so gut wie immer. Was haltet ihr davon, wenn wir uns mal so richtig abschießen? Bist du vielleicht John Wayne oder bin ich das? Ich bin Hammer, wie ich mich bewege in meinem Panzer. Hammer, einzigartig, unglaublich Hammer. Ich weiß, dass ich übertrieben Hammer bin. Warum bist du nicht geblieben? Huch, mir fällt grad auf, ich weiß gar nicht, wo hier der Notausstieg ist. Hä? Es gibt doch einen Notausstieg, oder? Oder? Hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Genug gepennt. Es ist wieder Zeit, ein bisschen planlose Selbstjustiz walten zu lassen. Ich hab dich immer noch lieb, Panzerchen. Was hast du eigentlich für einen Schaltfehler im Kopf? Hä? Hör endlich auf, mich anzuklicken! Was ist los? Hast du ne Pizza im Horchlappen? Wenn ich mich ganz arg anstrenge, kann ich mich vielleicht an mein erstes Paar Panzerketten erinnern. Mama hat gesagt, das sind meine Zauberketten. Mit denen kann ich überall hinfahren. Was jagen wir hoch? Ich schicke mich nicht mehr. Mein klar, ich begrüße Sie und ich bin Hammer. Alter. Wow, wie geil. Ich feier das so. Und ich weiß nicht, ob das schon voll viele wissen oder halt nicht. Das ist einfach so geil. Diese geilen Quotes. Bis zum nächsten Mal. Einfach der Hammer.